In diesem Video möchte ich einmal mit euch über die Tiefenwirkungen sprechen, die man in einem Aquascape erzeugen kann, wenn man die Pflanzen richtig auswirkt und wenn man vor allem auch die Größe der Pflanzen richtig anordnet. Hey Leute, hier ist wieder Tobi von AquaOwner, dem deutschen Aquascaping-Kanal. Und heute geht es mal wieder um eine Kreativtechnik für das Aquascaping. Und zwar will ich heute mit dir darüber reden, wie du in einem Aquascape eine richtige Tiefenwirkung erzeugen kannst, durch die Wahl der richtigen Pflanzen. Denn anders als wir es in der Regel gewohnt sind, ist es für eine Tiefenwirkung Illusion wichtig, dass ihr die Pflanzen so aufbaut, dass ihr vorne, also nah am Betrachter, große Pflanzen habt und nach hinten hin, also in den Hintergrund, immer kleiner werdet. Und das ist natürlich jetzt auf den ersten Blick so ein bisschen unintuitiv, denn normalerweise packen wir die kleinen Pflanzen nach vorne und die großen Pflanzen nach hinten, damit man eben alle auch vernünftig sehen kann. Und das ist genau der Punkt, an dem wir heute so ein bisschen ansetzen wollen. Und ich möchte dir erklären, wie ich nämlich jetzt in meinem neuen Becken, in einem 35-Liter-Cube, eine Tiefenwirkung erzeugen konnte, was dafür nötig ist, was du dafür vorbereiten musst und wie dann eben die Pflanzen angeordnet werden sollten, damit das Becken wirklich so aussieht, als sei es eine riesige Landschaft, als sei es total weitläufig. Und um diese Tiefenwirkungsillusion zu erzeugen, bedarf es halt so ein paar kleiner Kniffe. Und die schauen wir uns jetzt mal konkret an dem Becken an. Die Tiefenwirkung ist bei einem Aquascape deshalb so wichtig, weil sie uns halt erlaubt, eine Illusion zu erschaffen. Und die meisten von uns wollen ja mit einem gut aussehenden, professionellen Aquascape eine Landschaft errichten, ein Unterwassergebilde errichten, was halt einer naturnahen Landschaft entgegenkommt. Und stellt euch mal vor, ihr steht jetzt in einer Berglandschaft. Ihr seid in den Alpen. Ja, ihr habt vor euch den Weg, der ist aus Schotter, ihr habt vielleicht links und rechts neben euch so ein paar größere Felsen. Und dann habt ihr in weiter Ferne die Berge, die verschiedenen Bergspitzen. Und das, was auffällt, ist, dass Dinge, die nah um euch herum sind, zum Beispiel der Schotter auf dem Weg oder die Felsen um euch herum, die wirken ziemlich groß. Ihr könnt die also einzeln sehen. Ihr könnt, wenn ihr nach unten schaut, die einzelnen Kiesel auf dem Boden erkennen. Schaut ihr aber in die Ferne, schaut ihr auf die Berge, seid ihr natürlich nicht mehr in der Lage, diese einzelnen Kiesel zu erkennen, weil es halt viel zu weit weg ist. Das bedeutet, die Sachen, die weit von uns weg sind, erkennen wir nicht mehr, weil sie zu klein werden. Und das ist genau der entscheidende Punkt, den wir uns bei so einem Becken zunutze machen können, den ihr euch bereits beim Hardscape zunutze machen könnt, aber eben vornehmlich auch bei der Bepflanzung zunutze machen könnt. Und deshalb zeige ich euch jetzt genau in meinem 35-Liter-Becken, wie wir das gemacht haben. So, so sieht also aktuell mein Cube hier aus. Das ist mein 35-Liter-Eheim-Cube. Und diejenigen von euch, die bereits meinen Livestream zum Hardscape gesehen haben, ich habe ja live gestreamt, wie ich das Hardscape gemacht habe, auch da kam es mir schon darauf an, dass eben eine gewisse Tiefenwirkung erzeugt werden konnte. Deshalb sind die Felsen hier vorne rechts, ich habe hier so einen Laserpointer, ich versuche mal, ob das damit geht, ich hoffe, das sieht man vernünftig, sind hier vorne rechts halt sehr präsent, sehr nah im Vordergrund und nach hinten hin werden die Strukturen immer kleiner sozusagen. Ich habe auch tatsächlich nach hinten hin, gerade hier auf der linken Seite, links hinten auch kleinere Steine benutzt als vorne. Und das ist auch ganz häufig einer der Tricks für die meisten Hardscapes, wenn ihr da eine entsprechende Tiefenwirkung erreichen wollt, versucht eine solche Struktur, eine solche Gebirgsstruktur nicht aus einigen großen Steinen aufzubauen und hofft, dass ihr die passenden Steine habt, sondern baut so eine Struktur aus sehr vielen kleineren Steinen auf. Dadurch könnt ihr bessere Strukturen an sich erzeugen. Euer Gebirge hat mehr Struktur in sich, also die Felsen sind einfach strukturierter und je strukturierter so etwas ist, desto kleiner sieht es halt auch aus nach hinten hin und dann könnt ihr nämlich diese Tiefenwirkung wunderbar erzeugen. Aber schauen wir uns jetzt mal konkret die Pflanzen an. Also ich habe vorne im Vordergrund als Bodendecker Massilea hirsuta. Das ist also das, was ihr hier vorne seht. Und Massilea hirsuta ist gepflanzt bis ungefähr zur Mitte, bis zu diesem Felsen hier, der so ein bisschen in den Weg hineinragt. Bis dahin ist auf dem Boden Massilea hirsuta gepflanzt. Und ab dort bis nach hinten in den Hintergrund rein, also bis auch links und rechts hinter die Felsen rein, ist Massilea krenata gepflanzt. Und Massilea hirsuta im Vordergrund wird typischerweise etwas höher als Massilea krenata. Aktuell sieht das noch alles ziemlich gleich groß aus, weil sich die Pflanzen noch nicht auf den Submersenwuchs umgestellt haben. Das waren alles In-vitro-Pflanzen. Deshalb sehen sie jetzt tatsächlich noch gleich groß aus. Aber früher oder später wird Massilea krenata im Hintergrund kleiner bleiben, niedriger bleiben als Massilea hirsuta im Vordergrund. Und das ist genau der Effekt, den ich euch gerade versucht habe zu beschreiben, mit den Kieseln, die ihr auf dem Weg vor euch seht, die ihr aber nicht mehr in 20, 30 Meter Entfernung seht. Das ist genau das Gleiche, was ich hier eben über die Pflanzengröße versuche. Das heißt, obwohl beides Bodendecker sind, achte ich darauf, dass im Vordergrund ein höherer Bodendecker verwendet wird, als im Hintergrund. Damit das Ganze jetzt aber überhaupt funktionieren kann, ist es natürlich nötig, dass hier eine Höhenstaffelung stattfindet. Also, dass hier zum Beispiel ein Hang aufgeschüttet ist. Denn ansonsten, wenn das jetzt alles flach wäre, würde es natürlich keinen Sinn machen, dass ich im Vordergrund eine größere Pflanze einsetze als im Hintergrund, denn dann würde ich die Hintergrundpflanze nie sehen. Das heißt, es ist wichtig, dass ihr mit dem Hardscape und mit eurem Layout an sich eine Höhenstaffelung aufschüttet, also in der Regel einen Hang aufschüttet, sodass diese Größenunterschiede auch überhaupt wahrnehmbar werden. Ihr müsst also dem Betrachter, wenn man von vorne auf das Becken schaut, wie jetzt hier, ihr müsst den Betrachter dazu bringen, auch die Hintergrundpflanzen überhaupt sehen zu können. Und das geht in der Regel nur, indem ihr diese höher pflanzt als die Vordergrundpflanzen, wenn die Vordergrundpflanzen größer sind. So, schauen wir uns mal die anderen Pflanzen an. Bei den anderen Pflanzen ist es so, dass ich zum Beispiel hier an der linken Seite und hier an dem Felsen rechts, da habe ich Weeping Moss eingesetzt. Und Weeping Moss ist in diesem Fall das größte Moos mit der größten Struktur, die ich in diesem Becken einsetze. Das wird also am größten. Das haben wir also hier ganz, ganz vorne. Ja, gerade dieser Felsvorsprung ist der, der am nächsten an der Frontscheibe dran ist. Und auch hier links unten der Felsen ist sehr, sehr nah an der Frontscheibe dran. Das heißt, hier haben wir also das größte Moos. Dann sehen wir hier auf der rechten Seite die Bussephalandra S.P. Red und hier unten die Anubias Nana Pangolinus. Hier noch eine kleine, hier eine etwas größere, da die Bussephalandra. Auf der linken Seite haben wir hier ebenfalls eine Bussephalandra hinter dem CO2-Diffusor. Und ihr seht auch dort wieder, Pflanzen dieser Größe finden sich ansonsten nicht mehr im Becken. Ich habe tatsächlich dann hier hinten im Mittelgrund noch eine große Bussephalandra, einfach um das nochmal so ein bisschen aufzureißen und nochmal so einen visuellen Ankerpunkt zu bieten. Aber davon abgesehen, sind alle Pflanzen, die nach den Bussephalandras und nach den Anubias kommen, kleiner als diese. Und gerade die Anubias Pangolinus ist ja auch nochmal deutlich kleiner als die Bussephalandra. Wir sehen zum Beispiel hier hinten noch eine Anubias Pangolinus. Wir sehen hier auf den Felsen auf der Spitze noch eine Anubias Pangolinus. Das heißt, die bleiben sowieso relativ klein. Und deshalb kann ich mit den Bussephalandras und mit den Anubias Pangolinus bereits die erste Staffelung neben dem Bodendecker erreichen, indem halt die größeren Pflanzen auch hier wieder nach vorne kommen. Ihr müsst euch das so vorstellen, wie wenn ihr wirklich jetzt davor steht, ist dieser Felsen rechts und dieser kleinere Felsen links von euch aus gesehen, angenommen, ihr würdet als Person in dieser Landschaft stehen, gar nicht so sehr groß. Und das ist eben erkennbar durch die Pflanzen, die ihr dort seht. Ihr könnt die einzelnen Blätter sehen, ihr könnt die einzelnen Blüten sehen, bei den Bussephalandras zum Beispiel. Und je weiter es eben nach hinten geht, umso weniger könnt ihr das wahrnehmen. Schauen wir mal weiter mit den Mosen. Ich habe hier auf der linken Seite, auf diesem flachen Felsen, da kommt der Laserpointer jetzt nicht gut hin, da habe ich eine Rekia-Variante genommen, die etwas gröber ist. Die sehen wir auch hier rechts auf dem Felsen, hinter dem Weeping Moss kommt eben diese gröbere Rekia-Variante. Und je weiter wir nach oben gehen, nämlich hier, da haben wir auf einmal eine super, super kleine Rekia-Variante. Das heißt, auch da habe ich darauf geachtet, Pflanzen aus derselben Gattung nehmen, damit nämlich die Blätter ungefähr gleich aussehen, aber die Größe muss sich unterscheiden. Das war ja auch schon der Grund für die beiden Massilea-Varianten am Boden. Ich habe die jetzt nicht genommen, weil ich Massilea per se für den geilsten Bodendecker halte, sondern weil es eben von ein und derselben Pflanzengattung, in dem Fall Massilea, zwei verschiedene Größen gab, nämlich Grenata und Jesuta. Die haben beide ähnliche Blätter, die sehen beide ähnlich aus, aber sie werden unterschiedlich groß. Das ist der entscheidende Punkt. Ich hätte das Ganze, das war auch meine ursprüngliche Idee, auch noch machen können, mit zum Beispiel Glossostigma und Elatinhydropiper. Die sehen nämlich von den Blättern her auch ähnlich aus und der Hydropiper wird nämlich niedriger als das Glossostigma. Damit hätte man das zum Beispiel auch machen können. Und jetzt eben dann mit den beiden Mosen, mit den Rekia-Varianten genau das Gleiche. Da also darauf geachtet, ich brauche Mose, die ähnlich aussehen, aber unterschiedlich groß werden. Wir gucken jetzt mal ein bisschen weiter in den Hintergrund. Die kleinere Rekia habe ich euch gerade schon beschrieben. Und das sehr feine Moos, was wir da jetzt im Hintergrund auf den Steinen sehen, zum Beispiel hier an der Kante, hier an der Kante und eben ganz hinten auf den hintersten Bergkanten, das ist ein Amplustegium Serpent. Und das sieht im Endeffekt so aus, wie eine sehr kleine, sehr filigrane Version vom Weeping Moos. Anders als das Weeping Moos wird das Serpent am Ende aufrecht wachsen. Es wird also nicht überhängend bleiben. Macht aber nichts. Dadurch, dass das so extrem filigran ist, sieht das einfach aus, wie sehr weit entferntes Gras. Und genau das war eben der Look, den ich erreichen wollte. Gerade auf diesen Hängen hier vorne kommt das dadurch sicherlich sehr gut zur Geltung. Da bin ich sehr gespannt, wie es sich einleben wird. Aber ich glaube, das wird sehr gut funktionieren. Und da auch wieder, wie gesagt, war die Entscheidung, ein Moos zu nehmen, was halt möglichst ähnlich aussieht zu einer anderen Pflanze, die ich bereits drin habe, um halt die Illusion zu erzeugen, dass es sich um die gleiche Pflanze handelt, die einfach nur sehr viel weiter weg ist. Das war eben der Hintergrund dahinter. Das ist ja im Endeffekt die treibende kompositorische Kraft hinter diesem Becken, dass ihr immer wieder Pflanzen sucht, die gleich aussehen oder zumindest sehr ähnlich aussehen, die ihr aber in unterschiedlichen Größen bekommen könnt. Das Ganze geht zum Beispiel auch gut mit Eliocaris. Ein Eliocaris Mini als kleinste Version, wie ich sie ja in meinen anderen Becken überall einsetze. Und dazu eben eine größer werdende Eliocaris Variante kann man auch wunderbar einsetzen. Das Problem ist da nur, dass die größer werdenden Eliocaris Varianten dann direkt bei 10-15 cm sind. Ist also jetzt nichts für so ein kleines Nanobecken. Aber in einem größeren Becken könnte man damit eben einen ähnlichen Tiefeneffekt erzeugen, indem man vorne die größere Variante pflanzt und dann auf einem Hang nach hinten hin die kleinere Variante pflanzt. Ich will euch das Ganze auch nochmal anhand meines 20 Liter Cubes zeigen, in dem mir das vom Layout nämlich auch sehr gut gelungen ist. Wir haben auch da einen aufsteigenden Hintergrund. Allerdings ist der Boden nicht ganz so krass aufgeschüttet wie jetzt im neuen 35er Cube. Aber auch da ist es eben so, dass wir im Vordergrund niedriger sind als im Hintergrund. Ich habe dort als Vordergrundpflanze tatsächlich keine Unterschiede gemacht, sondern ich habe das komplette Becken mit Eliocaris SP Mini bepflanzt. Aber allein durch die Aufschüttung, allein durch den Weg nach oben ist es halt so, dass die Pflanzen im Hintergrund natürlich ein bisschen kleiner aussehen, weil sie natürlich auch de facto weiter weg sind. Der Effekt ist allerdings nicht ganz so groß wie jetzt im 35er mit den zwei unterschiedlichen Pflanzen. Aber was auch hier auffällt, ist, dass wir vorne als Key Visual genau in der Mitte eine große, vergleichsweise große, Busse Falandra haben. Die sich im restlichen Becken nicht wiederfindet. Das heißt, wir haben diese große Pflanze nur vorne. Und auch das erzeugt bereits die Illusion, dass das halt eine Pflanze ist, die sehr nah an mir als Betrachter dran ist und deshalb halt im weiteren Verlauf des Beckens, im weiteren Verlauf dieser Landschaft nicht mehr erkennbar ist, weil sie dann zu klein wird. Gleicher Effekt mit dem Moos. Wir haben hier vorne links auf diesem Stein, der wirklich sehr nah an der Frontscheibe dran ist, das ist also eindeutig das Key Visual in diesem Layout, haben wir wieder Weeping Moss, vergleichsweise grob, hängt halt so ein bisschen über diesen Stein rüber. Sehr, sehr netter Effekt an dieser Stelle. Während wir im Hintergrund in diesem Becken wieder nur ein sehr, sehr schmales Moos haben. Wir haben da ein bisschen Physi Dens Fontanus, was natürlich sehr viel filigraner ist und wir haben hinten auf dem Stein eigentlich nur eine Art Grünalgenbelag, der sich eigentlich von selbst gebildet hat. Also ich kann euch da noch nicht mal sagen, was für eine konkrete Art Pflanze das ist. Das hat sich von selbst gebildet aus den Grünalgenbelägen, die noch auf den Steinen drauf waren. Und das ist halt ein sehr, sehr kleines, sehr filigranes Moos und auch das macht natürlich wieder diesen Unterschied von Vordergrund zum Hintergrund sehr deutlich und erzeugt dadurch wieder die Illusion einer sehr weitläufigen, sehr tief wirkenden Landschaft. Übrigens hätte gerade dieses Layout wahrscheinlich sehr davon profitiert, wenn ich mich an meinen eigenen Ratschlag gehalten hätte und da zum Beispiel ein größeres, eine größere Iliokaris-Variante in den Vordergrund gesetzt hätte, das Ganze ein bisschen steiler aufgeschüttet hätte und nach hinten dann nur das Iliokaris SP-Mini. Das hätte diesem Becken wahrscheinlich noch mal besser getan und hätte die tiefen Wirkungen noch ein bisschen krasser wirken lassen. Ja, also auch da ich bin natürlich auch nicht unfehlbar und ich lerne bei solchen Layouts auch immer noch dabei, aber deshalb ist gerade so eine Evaluation des eigenen Layouts, so eine Evaluation verschiedener Layouts sehr wichtig, um zu verstehen, was hätte man denn noch besser machen können für so ein Layout, wie hätte man das Ganze denn noch spannender und noch tiefer gestalten können. So, ich hoffe, dieses Video hat dir geholfen. Ich hoffe, ich konnte dir so ein bisschen erklären, wie du halt eine vernünftige Tiefenwirkung für dein Becken erzeugen kannst. Wie gesagt, das ist natürlich stark abhängig davon, wie dein Layout generell aufgebaut ist, wie dein Hardscape aufgebaut ist, denn das Hardscape bildet die Grundlage dafür, dass du eben mit den Pflanzen diese Illusion auch wirklich überhaupt erreichen kannst und die Pflanzenauswahl selber ist halt mega entscheidend darüber, ob diese Illusion zieht oder nicht. Aber, jetzt hast du zumindest das Grundzeug an der Hand, wie du so eine Illusion erreichen kannst und ich blende dir jetzt hier an dieser Stelle noch zwei weitere Videos ein, die sich auch mit dem Thema Layouting und Hardscape beschäftigen, damit du halt dein Layout und dein Aquascape wirklich perfekt aufbauen kannst. Wenn noch nicht geschehen, abonniere auf jeden Fall auch diesen Kanal, dann verpasst du nämlich keine weiteren Videos mehr in der Zukunft und gib diesem Video einen Daumen nach oben, wenn das dir gefallen hat. Wir sehen uns jetzt beim nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein Leute. Ciao, ciao.